shalom aleikum meine lieben freunde und willkommen zu wie krieg ich meinen getunten wie krieg ich meinen ungetunten 1s oder pro 2 wieder getunt das fragen sich viele von euch und wir haben die antwort die meisten von euch sind darauf reingefallen auf dieses xiaomi home update kennt ihr die ganze geschichte ihr kennt das besser als ich weil euch ist das nämlich passiert ja um das jetzt zu beheben freunde muss man die sperre aus dem dashboard rauskriegen das ist momentan leider softwaremäßig nicht möglich die st link methode ist den meisten von euch zu kompliziert da wird vielleicht auch noch mal ein video kommen aber das ist wie gesagt für die meisten ist zu fortgeschritten die wollen einfach plug and play da haben wir heute die lösung für euch zuallererst ja der scooter ist jetzt ich kann ja mal ich zeigte einfach mal einmal ganz kurz ihr bestätigt billet firma detektor das ist ganz neu von dem von der neuesten version von scott hacking der sagt jetzt auch jo dann kann es nicht mehr tun heißt ich kann nichts machen wir sind die hände quasi gebunden bringt uns also nicht weiter was uns jetzt aber weiter bringt ist wenn wir dieses dashboard tauschen wir haben aktuell vier dashboards da sind eu version wir werden bald noch die version bekommen und zwar deutlich mehr dann könnt ihr die auch im shop könnt ihr die im shop kaufen wie gesagt die versandzeiten bei uns sind immer wir haben jetzt aktuell wie gesagt vier eu dashboards da die haben jetzt viele denken ja die haben kabel weniger keine motorbremse stimmt nicht zeigen wir euch jetzt mal was wir müssen noch kurz dazu sagen falls ihr euch die dashboards bei uns kauft das wäre natürlich freundlich und ihr unterstützt uns dabei uns weiterzubringen sachen zu investieren sage ich mal um den kanal weiterzubringen deswegen wäre es super falls ihr bei uns kaufen sollte wäre auf jeden fall echt nett also freunde das kabel abmachen kann man auch nicht falsch wieder anschließen dann haben wir hier die vier wichtig vier kabel die kommen aus dem scooter und gehen hier ins dashboard da ist jetzt das alte dashboard was wir jetzt quasi für das video für euch unnötig gemacht haben wenn es mit st link noch mal daumen werden aber das ein anderes thema dann haben wir die stecker die kann man einfach abziehen die sind manchmal ein bisschen bisschen schwer aber habt jetzt gesehen geht relativ einfach dann haben wir das neue der sport und wir können jetzt mal mit dem alten vergleichen 1231234 so freunde ihr wisst hat ja das eu modell hat keinen rechten bremshebel warum auch immer eigentlich finde ich das egal damit zwei wenn ihr jetzt aber sagt ja ich würde trotzdem gerne die motorbremse haben die habt ihr auch weiterhin passt mal auf erstmal schließen wir den hier wieder an wird einfach danach haben wir hier die kabel so und jetzt zeige ich euch mal was geiles wir haben jetzt hier an diesem an dieser bremse ist auch ein kabel für die elektrische bremse vorne für die motorbremse und deswegen hat ja hinten auch diese scheibenbremse hier ist ein kabel dran und das existiert nicht das kabel ist aber identisch mit dem kabel was in der eu-version auch verbaut ist aber die eu-version hat auch eine elektro bremse warte du hast das hier so pass auf das ist genau das gleiche kabel das hier kommt von links genau also das hier kommt von links und das kommt von rechts das seht ihr wenn ihr hier rein guckt seht ihr das kann man einfach ablichten welches kabel hier um geht und welches hier um geht jetzt könnt ihr einfach hingehen das kabel was hier ist einfach ignorieren das brauchen wir quasi in dem fall nicht und ihr nehmt einfach das was hier rum kommt dann habt ihr die bremse wieder aktiviert motorbremse habt ihr trotzdem wenn ihr dann hier bremst einziger nachteil die hier hat dann keine motorbremse funktion mehr aber die motorbremse funktion von dem ist eh unnötig weil ihr hier hinten eh die vernünftige bremse also wenn ich bremse bremse ich meist mit beiden eben und ich denke mal die meisten von euch auch das ist jetzt für die die nicht warten können freunde also mich persönlich wird es nicht stören ist es eigentlich egal dann können wir die ganzen kabel wieder anschließen also wie gesagt das farblich markiert da kann eigentlich keiner irgendjemand falsch machen einzig die kabel sind ein bisschen klein bisschen fummelskram seht ihr hier aber das ist echt nicht schwer so wir haben gesagt wir nehmen den rechten dann nehmen wir den rechten einfach hier rein zack so dann schließen wir das letzte kabel an das ist das hier dieses grün schwarz rote einfach hier auch an grün schwarz rot ihr könnt die kabel wie gesagt nicht falsch einstecken das einzige was wir falsch einstecken könnte wäre wenn ihr die beiden vertauscht aber dann seht ihr es ja und dann ändert es einfach wenn jetzt muss das auch nicht wieder alles zusammenbauen ich würde erst mal testen ob es funktioniert weil wenn ihr jetzt sagt jo ich habe vor sich die falsche bremse eingebaut könnt ihr einfach wechseln also ich mache die rolle an das funktioniert schon mal ihr seht motorbremse funktioniert was nicht funktioniert ist hier aber wenn man mit beiden bremsen bremst es ist egal und außerdem habt ihr hinten hier die wirkung von der bremsscheibe und jetzt freunde damit ihr auch seht dass man das ding wieder tun kann öffnen wir wieder nein scoot taking ihr seht jetzt steht auch nicht mehr salami express sondern mi scooter klicken wir drauf der kennt ihr sofort alles seriennummer kein fehler ist drauf 1.3.1 damit funktioniert jetzt wenn ich jetzt hier auf konfig klick sagt er nicht detected könnte ich jetzt ganz normal wieder drauf installieren die konfig zum tun ich denke das brauchen wir jetzt nicht machen an der stelle ihr seht funktioniert ist ganz einfach also von den dingen haben wir vier stück mir persönlich würden die reichen wenn irgendjemand jetzt sagt ja mir reichen ja war nicht müsst ihr einfach ein bisschen warten ich denke mal ein zwei wochen müsste auf jeden fall warten aber die kommen auf jeden fall ziemlich schnell bei uns im shop rein und wie gesagt falls ihr bei uns kauft unterstützt ihr uns gleichzeitig das wäre super freundlich und habt dann gleichzeitig wieder einen scooter den ihr legal den ihr wieder tunen könnt und sagen wir mal unauffällig damit unterwegs seid ja auf privat gelände versteht sich von selbst freunde da brauchen wir nicht drüber reden das kennt ihr alle wenn euch das weitergeholfen abonniert uns auf jeden fall wenn euch das nicht weitergeholfen habt dann schreibt gerne warum euch das nicht weitergeholfen habt weil ich wüsste echt nicht warum man das nicht weiter hilft aber es gibt bestimmt irgendjemanden da draußen dem das nicht weitergeholfen hat also freunde wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder abonnieren nicht vergessen und dann schaut im shop vorbei und dann tschau ohne discord und abonnieren bis kurz sowieso und like habe ich schon gesagt natürlich langsam bindert an tschuldigung okay tschau tschau